Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 1, ähm, Part Nummer 9. In der letzten Folge haben wir verzweifelt versucht, uns selber zu töten. Also unser Abbild. Und in dieser Folge versuchen wir verzweifelt, dieses Ding jetzt zu töten. Also hat aber gut funktioniert. Naha, naha lustig. Nicht. Egal. Ähm, wie viel Leben haben wir eigentlich? Ah, null. Ähm, wie ist das lustig? Nein, geh weg. Geh weg. Weg, weg, weg. So, ein Rotz. Ich bin wieder supergut. Hust, hust. Nein. Weg. Meins. Weg. Äh, weg. Und, ja, auf. Weg. Ah. Ich bin ein Held. Geht doch. So. Ähm. Genau. Ich hab's vergessen. Verdammt egal. Was kam jetzt? Kuttmann. Aua. Kuttmann. Könnte man aufladen? Nein, natürlich nicht. Wir müssen so schießen. Aber das durfte, denke ich mal, funktionieren. Sich so ganz so blöd anstellen. Nein. Geht mir Leben oder sowas. Verdammt. Also weiter nach unten. Du schießt quer. Zweimal. Wieso springe ich da? Ich bin doch ein Depp. Ich bin ein Depp. Fals! Äh! Äh! Verdammt! Oh, ne, nee! Äh, 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 öh, äh, Ich habe vergessen. Ähm, Elektroik hat ein paar Bomben, natürlich auch nicht geht. Das müssen wir nehmen. Sie... Kit. so auf nach unten und ich weiß dass es jetzt passiert wir werden jemalig verwecken und in folgedessen dürfen wir das noch mal machen aber ich versuche das jetzt noch ein bisschen mit konzentration nein jetzt kommt die stelle wo wir es nicht mehr wo wir nicht mehr gewinnen werden und zwar ach doch momentan hier bekommen wir ein leben mit der plattform zurückkommen wir leider ich bin ein held aber ich glaube jetzt dürften wir ja genau wieder hier ankommen das heißt im prinzip solange wir nicht zum entgegner gehen und immer wieder hier sind können wir uns ein bisschen leben an farben bzw leben an farben ist eigentlich nicht so ganz wir holen uns halt leben wenn wir verrecken einfach wieder und so ne ihr wisst ja was ich meine kam jetzt schon unser abbild aber dass da kam das hätte ich auch bei seinem kommen jetzt jetzt kommt unser abbild ich bin mir unsicher ich hat es vergessen lalala ja und jetzt werde ich einfach mal wieder spontan kopiert mit komischen kraftenfehlern und weil ich kopiert werde weiß ich dass ich jetzt die waffe ganz schnell wechseln werde ich ja stimmt man darf ja nicht man darf den gegner ja nicht berühren ja wechsel mitten in die richtung ist voll berechenbar habe ich energie tanz nachher gibt es ja keine energie tanz ich vergaß also wenn ich ihn mir auf distanz halte dürfte das eigentlich ohne weitere probleme funktionieren lasst es funktionieren lasst es bitte bitte funktionieren und lass sie nicht zu mir kommen wieso habe ich das eigentlich nicht schon vorher ausprobiert egal 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 das funktioniert das funktioniert das funktioniert das funktioniert das funktioniert und dann geht es jetzt direkt in die nächste stage denke ich mal hoffentlich wenn was passiert und das ist alles hautfarben darum na dann das mache ich nicht da bin ich jetzt da möchte ich mir dann doch ein bisschen meine energie aufsparen das war noch unnötiger und noch ein dümmer das war noch viel dümmer aber jetzt durfte eigentlich ok was kommt jetzt äh ok Pinguine Pinguine nämlich doofe Pinguine die mir nichts mehr anhaben können weil ich almighty bin ich sag's besser nicht sonst bin ich gleich wieder tot Moment Scheiße ich habe vergessen dass ich die energie nicht aaaah Das ist jetzt echt kacke wenn jetzt nämlich noch Gegner kommen habe ich ein Problem äh 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 Bombe ähm ähm nochmal Bombe kommt so äh Energie ist gut Energie ist ganz gut weil ich habe die ganze beschissene Vermögen ob ich jetzt gleich hier noch ein Boss auf uns warten wird ähm 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 nochmal Bombe warum habe ich zu wenig warum das halt nicht funktioniert verdammt große Energie für die Bombe immer Bombe so ähm auch nichts nur so eine Kugel wieder nichts ja dann geht das in mir doch aaaah hier ist Ende das war der dümmste Treffer das ist die ganze Folge was kommt jetzt äh Moment wir haben Steine das heißt oh mein Gott was ist das oh mein Gott was ist das wie gut hässlich ist das ok äh 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 e e e e e e okay e ist schonmal so halbwegs gut ja das schaffen wir nicht sag ich ja hrr aber wenigstens starten wir jetzt hier Moment kommt ihr? nein ok dann nehmen wir jetzt mal die Gats-Energie ernsthaft Die kriegen nicht mehr die Hilfestellung. Was ist denn das für ein Scheiß? Äh, äh, P? Äh, das geht ja noch. Okay. Der wird, denke ich mal, mit jedem mal ein bisschen schneller. Ja, wir können nicht drüber springen. Wie sollen wir das denn bitte machen? Äh, Wattenmashing? Okay, Moment. Kommt er von oben. Geht nach links. Aua. Aber. Okay, Moment, jetzt kommt er von da. Hm, gleich viel Leben, das wird. Anspruchsvoll. Wattenmashing! Okay, jetzt durfte ich ihn hier unten kriegen. Ah. Ha, 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 ha. Und, äh, tot. Und so, ne? Kein Leben mehr. Continue. Okay. Wenn das... Na, der mich anstellt. Und so. Doppelt der mich anstellt. Egal. Also wenn das der Boss der Stage ist, dann... Sieht doch relativ kurz, aber glaube ich nicht, weil irgendwie... Obwohl ich sie hatte, der, der, der... Mh. Dieses Boss gedudelt ist. Also könnte es eigentlich gut hinkommen, dass es der Boss ist. Ja, ich guck mal. Sehen wir gleich, wenn wir den hoffentlich mal ein bisschen wieder voll haben. Oder ja, natürlich schön. Ha, ha. Das ist total anspruchsvoll. Nicht wiedergegeben. Okay. Also so durften wir eigentlich durch diesen Teil des Stage locker durchkommen. Mh. 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 Ich hab ne Idee. Ich lass die Steine erst mal da. Oder? Na, ich guck mal, ob's schwerer ist, dann dem Ganzen auszuweiten. Er kommt von da. Geht dann hoch. Und hier kann er auch nicht drauf schießen. Okay, Moment. Jetzt geht er nach links. Gut. Jetzt kommt er von links. Geht nach rechts. Jetzt nach unten. Was kam jetzt? Ich hab's vergessen. Scheiße. Nein! Droppe. Aua. Mh. Nein, ich behalte die Klötze. Fick dich. Geht nicht auf die Kette. Äh. Mh. Doof. Aber mit den Blöcken, da sind wir gut beraten, die nicht wegzumachen. Vielleicht den in der Mitte. Obwohl, ich lass den erst mal. Vielleicht... Vielleicht stell ich mir jetzt ganz so blöd an. So, als erstes kommt er von oben und geht nach rechts. Ich bin auch ein Held. Der geht nach rechts. Ja, natürlich. Jetzt geht er nach rechts. Äh. Aua. Aua. Ich bin so ein Held. Und jetzt kam er von oben und ging direkt nach links. Jetzt kam er von links rechts, geht nach oben. Oben. Aua. Jetzt kam er aber von links. Ich hab keine Ahnung. Von links. Genau, jetzt erschießt er zweit einmal. Äh. Episch aus. Rechts geht es nicht. Äh. Ja, komm. Ahaha. Sind wir wieder komisch. Ein Stein weniger für uns. Was macht das Ganze? Mein Ding ist einfacher nicht. Haha. Wir haben null Leben. Und uns fehlt ein Stein. Aber gut, jetzt haben wir mehr Platz nach oben hin. Ja, wo ist das? Moment, der kam von oben und ging... Ja, er kam von links und ging da im Kreis. Okay. Doof. So, jetzt kam er von oben. Police? Yay. So was jetzt kam er von oben. Oder auch nicht. Wo kam er jetzt? Wo kam er jetzt? Von oben. Nein. Ich will es leiden können. Ich vermisse diesen Move. Nein. Ich brauch dringend eine Schnellschussfunktion. Und wir haben wieder kein Leben. Aber wir haben gleich wieder drei, vier Blöcke. Oh, la, la, la. Wir nähern uns dem Ende der Folge. So ein Scheiß. Ich springe natürlich mal wieder voll da rein. Hat das Ding nicht die Schwäche? Cut oder sowas? Weil Blase? Aua. Ich probiere gleich mal aus, ob man das Ding irgendwie zu schneiden kann. Aber Schmerz. Weil jeder Bus hat irgendeine Schwäche. Und eine Blase dürfte als Schwäche eigentlich ähm Geschere haben oder so. Ich probiere es gleich einfach mal aus. Wir sammeln erst mal lustig Kugeln und leben. Brauchen wir ganz dringend. Jetzt kommen die High-Tau-Pails die explodieren und die anschießt. Nicht schön, nicht schön. Noch mehr Energie. Na, ich hab mir das vielleicht auch volle Energie von wir beim Boss sind. Nicht Affenär. Das war echt voll unnötig. Okay, wir schaffen nicht viel auf volle Energie. Aber wieso kam der denn gerade aufs anderen Lächern als vorher? ist das abhängig davon, wo ich stehe? Hm, okay. Cut bringt gar nichts. Uh, zu wissen. Er kommt von da. Das heißt, hier unten bin ich erst mal bevor er schießt sicher. Wenn er dann schießt, hab ich ein Problem. Äh, so jetzt grün. Oder haben die Farben was mit den Schwächen zu tun, die der hat? Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, wo jetzt? Oben. Ah, das, das, das ist zwar dumm. Wenn er von oben kommt, dann fühle ich tot. mein Gott herr. Ähm. Mit leben habe ich noch mal gucken. Ah, ist gut. Also, versuchen wir doch das Ganze nochmal. Ich liebe diese Boss macht nicht vielleicht Kartut Musik. sind wir wieder komisch. Wenigstens kann ich mich im Döcke durchschießen. Wieso gehe ich in die falsche Richtung? Ich bin dämlich. Total und sowieso total dämlich. so, jetzt ein bisschen mehr. Willst du mich verarschen? Ich glaube, es hackt. Ah, es hackt. So, jetzt aber. Hätte man rüberspringen können? Ich natürlich nicht, weil ich bin wieder ein total super großer Held. Okay, letztes Mal. Danach habe ich kein Leben mehr und danach beende ich denke ich mal die Folge. Wenn wir es hoffentlich schaffen, diesmal, bitte, 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 bitte. Okay, ich will merken, wenn ich hier oben doch. Genau, jetzt geht er nämlich nach oben. Was mir aber nichts gebracht hat. So, und jetzt kommt er von rechts. Links, meine ich. unnötiger unnötiger move war unnötig. Ja, komm, versuchen wir's. Und? Yes! Geschafft! Das freutete mich. Hang mir doch das Unterwasserseeboot blasen, Dings, Kirchen und so, ne? Kaputt gemacht. Kommt jetzt noch ne Stage? Na, wir haben noch dich gegen Wiley angetreten. Okay, das ist die Wiley Stage. Ähm, ich würde aber sagen, ich beende die Folge für heute. Lala, und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, gutes was auch immer, je nachdem, wann ihr euch das Let's Play anguckt und sage, bis dahin, wir sehen uns, tuwlu! comple помощDas